olympia 2024 gold simone biles beweist dass man über das olympia 2024 gold simone biles beweist dass man über das simone biles erreicht neue höhen die aufregenden olympischen spiele 2024 in paris sind in vollem gange und eine der größten geschichten ist die rückkehr der weltberühmten turnerinnen insbesondere simone biles nach einer pause von den wettkämpfen ist sie zurückgekehrt und hat gezeigt dass sie nach wie vor eine der besten athletinnen der welt ist biles hat während ihrer bisherigen auftritte in paris eindrucksvoll unter beweis gestellt dass sie nicht nur als sportlerin sondern auch als menschliches vorbild glänzt biles die bereits mehrere olympische medaillen gewonnen hat kam mit großen erwartungen nach paris schon in den ersten wettkämpfen überzeugte sie das publikum und die jury gleichermaßen in einem interview äußerte sie dass sie nach ihren erfahrungen bei den olympischen spielen 2021 in tokio bei denen sie sich in einer schwierigen phase befand nicht sicher war ob sie zurückkehren würde dennoch fand sie die motivation das team zu unterstützen und die entscheidung wieder zu trainieren stellte sich als richtig heraus die athletin teilte mit dass der rückweg zur konkurrenz für sie eine herausforderung war sie kämpfte nicht nur mit physischer vorbereitung sondern auch mit den psychischen aspekten des wettkampfs sie erklärte dass es wichtig sei mit druck und den eigenen erwartungen umzugehen simone erinnerte sich daran dass viele menschen die ihre reise verfolgt haben nie aufgegeben haben und sie stets anfeuerten was ihr zusätzliche kraft gab ein herausragendes ereignis in der bisherigen olympiade war der auftritt des amerikanischen teams im mannschafts finale ein weiterer aspekt den die medien erwähnten ist biles engagement für die nächste generation von turnerinnen sie betonte wie wichtig es ist jungen athleten eine sichere und unterstützende umgebung zu bieten damit sie ihr volles potenzial entfalten können diese initiative könnte dazu beitragen das gesicht des frauensports nachhaltig zu verändern und jugendlichen die möglichkeit zu geben in einem positiven umfeld zu trainieren simone biles ist nicht nur eine außergewöhnliche athletin sondern auch eine glaubwürdige sprecherin für veränderungen im sport ihre rückkehr zu den olympischen spielen 2024 wird von vielen als ein zeichen für durchhaltevermögen und stärke gesehen das nächste kapitel ihrer karriere verspricht ebenso spannend zu sein wie ihre bisherigen erfolge autor anita farke mittwoch 31 juli 2024